Ich habe einen alten Bruder. Er war ein Basketballspieler und er war mein Vorbild. Ich möchte vielleicht ein Coach werden oder ein Trainer für Basketball für Kinder. Ich mag mit Kindern zu arbeiten. Dreier. Ich danke nicht zu viel. Beteiligung macht Spaß, weil es eine Herausforderung ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.